jo leute und damit willkommen zum super mario kart für den super nintendo mit dem flash jetzt ist das unsere zweite aufnahme weil meine verbindung mit einmal weg war das ist so standard dass es immer ein slot gibt wir haben jetzt so abgemacht dass wir nach jedem rennen speichern bevor wieder bei irgendjemand die verbindung mit einmal und wir schon wieder von vorne machen müssen ich habe ein mikro ausgeschaltet cool das heißt jetzt sind dann schon eine minute vom mikro verschwendet die wette gilt ist jetzt auch scheißegal weil wir sind ja richtig professionell würde ich ja behaupten und deswegen der zwei mario kart cup 50er klasse und dann würde ich sagen go 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 man hört dich wenigstens bei mir also ja aber wer will dich bei dir hören ah 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 ey schlurp schlurp schnur pick-up jetzt hast du übersprungen was die Versorgung gar nichts ne ich hab nicht so richtig ich hab ihm gedrückt ach so in der als schon gehabt also wir machen nach jedem kap jetzt hab ich den gekriegt jetzt hat er es gekocht gas geben ist eindeutig eine schwammige steuerung ja das soll früher mal so normal muss so richtig gut sein beim linken du mir und hätte fertig tschüss ich hasse dich wir wollen uns klein gemacht hast man liebste hätte ich die platte fahren oder einfach gerämpel so wie kuba eben hallo und er hüpft natürlich mal so ein cheater hatte nein ich wollte doch warum boxe mich wirklich wollte mario weg boxen ich hab dich noch nicht mal getroffen hey verpiss dich was denn oder kam was von mir noch voll gekriegt fand ich super verpiss dich kuba 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 shellen kuba oder wer ach jetzt zum maul jackpot bin vierter roll weil mich den chef panzer erwischt hat ja der war aber von der runde schon davor ja trotzdem als maul so ja warte ich mache jetzt erst punktestand hier ganz in ruhe so dass man punkte auszählen wenn er dann ist dann mache ich jetzt einmal speichern und dann würde ich mal gucken ob ich mein steuerkopf besser denken dann die knüppel kann man meist am besten was ist das denn jetzt will man gas geben jetzt hast du mit jetzt hast du den fluch des gas ja merke ich schon ja damals gab es ja auch nur dieses steuerkreuz ja nein 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 mario schon der erste ort mario tschüss ja da kommt eine überraschung für dich � ounces kupa kupa panzer woch verpiss dich oder meine fresse komm schon ein item bitte danke vor allem wir sind die einzige um die kurven rutschen und die computer nicht er ist dann normal ich rutsche gleich in die banane rein die anderen haben einfach eine vorgefertigte kai das mario muss ganz einfach dein bildschirm gucken wo mario ist ja wieso kriege ich eigentlich nur bananen kannst du mir das mal verraten oder eine banane bist nein warum tue ich eigentlich jeden panzer vor mir schießen also nicht weil du sie standardmäßig hier nur hinlegen kannst doch die bleiben einfach nur liegen das war ernsthaft bei ernsthaft ernsthaft was sollte die lenkung denn jetzt die kurve gelenkt mit einer so dass sie fast rückwärts stand oder bis bananer nicht bin ich nicht kann meine aufnahme gucken ich bin denn keine banane goji keine banane der hat einmal drei nach rechts gehabt keine banane rechts rechts ist das schlecht grad hä ich bin froh dass wir noch kein leben verloren haben jetzt kommt die lieblingsstrecke von uns beiden ich bin ganz schlecht grad äh ach komm feuchern ja brauchst du mir nicht sagen centus line ich weiß safen nächste runde also soweit waren wir auch schon dann hat centus leider verabschied von uns nein wir waren schon ein level weiter der gasfluch ist das ja merke ich schon hast du mir gegeben ich weiß klar das war auch noch nicht in der aufnahme boah hallo weg naja da era nein schoko ducking Jonah pudding scheiße an der cichter noch so ein ding denn beуры kommt vor allem konntest du dann nicht mehr zurücklegen zurück fahren indem einer muss mindestens vierter werden und freund das werde ich sein hau doch ab fettsack hallo du hast einen fetten gorilla vor dir nicht mehr ich hab das ist das geile du drückst und dann setzte die items nicht an die dinger gehen auch immer kaputt anscheinend ehrlich ja die dinger gehen irgendwann kaputt ja dass ich weiß dass sie kaputt gehen dann ja überrundet uns doch noch mal mario das weiß ich dass die kaputt gehen ich glaube ich würde sagen ja kurs hat mich überrundet ja wie mario die überrunden uns gerade alle das ist ein wunder dass wir noch irgendwas reißen können dreckige scheiße darf mir nicht mehr habe ich schon eine federne hatte ich will doch du das rein gescheitert meine du wurde es rein gescheitert super schlecht das hat mir doch vorher auch schon an dieser stelle wieso mit einmal hey ich konnte dass die runde das glück seit eben besser er wohl jetzt habe ich jetzt schon wieder den gas fluch und tot ihr frisst eine banane ich glaube ich konnte das besser weil ich eben nicht gequatscht dabei deswegen wirklich wollte quatsch stand da das war nicht lustig doch fand ich aber die schwarze freunde gegen die mauer fährst ne naja das heißt ja auch die mauer muss weg die mauer warum genau in diesem lindlichen loch mann fett sagt doch gar nicht ja ich komme gerade drauf kriegt er mich weg arschloch ja schmeiß die scheiß kugel mal so weit nach vorne du verdammte arsch woher kommt er mit einmal so donkey komm jetzt gibt's rache fett sack oh alter bist du dick das war auch das miese früher dass die immer ihre speziellen dinge hatten die ganze zeit ja und jetzt rutsche ich natürlich in die scheiß dinge aus nein was soll das mann ey miese brise fünfter vierter ich hab's nicht gut um die kurve hier zack naja ich hab's nicht gut um die kurve hier zumindest einer von uns ich hätte erster werden können wenn ich ihm die scheiß kugel nicht auskomme ich hasse diese spezialitems von denen echt so so welcher platz spichern fünf Tage wirst du immer noch erster ja aber mit bowser gleich deswegen spichern nochmal ja